hallo und herzlich willkommen in diesem video zeige ich dir wie du mit dem online tool team mapper mindmaps erstellen kannst und das ganz einfach im browser und auch mit mehreren leuten gleichzeitig du findest team mapper auf der seite kids punkt blog schrägstrich tools und dann durch klicken auf den button team mapper dann gibt es hier noch eine kurze einführungsseite und dann klicken wir auf try it dann haben wir eine mindmap oberfläche wie wir sie erwarten der erste knoten hier in der mitte ist bereits vorhanden außerdem gibt es hier oben eine leiste mit buttons plus und minus sind zum hinzufügen und löschen von knoten zu den anderen funktionen kommen wir später wenn du die größe der ansicht verändern möchtest findest du buttons hier in der rechten unteren ecke plus um die ansicht zu vergrößern minus zum verkleinern und wenn wir die ansicht verschoben haben was durch klicken und halten geht können wir hier mit diesem button den zentralen knoten wieder in die mitte bringen also jetzt haben wir ein knoten in der mitte und sagen wir wir möchten eine mindmap über das thema insekten machen jetzt ist hier dieser knoten mit einem grauen rand versehen das heißt er ist aktiv wenn ich jetzt plus klicke dann kommt ein neuer knoten hinzu jetzt ist dieser knoten mit dem genau grauen rand aktiv und der hier nicht mehr durch doppelklick kann ich den text verändern wenn ich nun wieder einen weiteren knoten auf derselben ebene möchte gehe ich zurück auf den haupt knoten klicke wieder plus ich kann auch tastenkürzel verwenden also das plus zeichen entspricht dem plus als button ich kann die knoten frei verschieben gleichzeitig kann ich jeden knoten leicht anpassen indem ich ihn markiere und dann zum beispiel hier oben die schrift fett machen oder mit diesem schiebe regler die größe der schrift verändere ich kann auch mit diesem button hier oben ein bild zu jedem knoten hinzufügen also gehen wir mal hier zum beispiel zum körperbau und fügen ein bild hinzu dann öffnet sich ein dialog zum datei auswählen nun habe ich also dieses bild hier drüber man sieht es ist ein zweiter schieberegler dazu gekommen mit dem mit dem kann ich die größe des bildes anpassen fügen wir noch mal ein paar bilder hinzu um zu sehen noch mal wie das geht also ich klicke auf den knoten dann auf das bild hier oben möchte ich ein bisschen größer haben wenn ich nun merke dass ich ein bild doch nicht haben möchte oder austauschen möchte dann klicke ich einfach wieder auf den knoten dass er grau umrandet ist und dann wieder auf das bild eiken dass nun ein bisschen anders aussieht und dann kann ich das bild wieder entfernen wenn ich einen knoten markiere sieht man außerdem dass hier drüben verschiedene farben sichtbar sind das ist also zum einen die hintergrundfarbe die schriftfarbe und die farbe des astes an dem der knoten hängt also die kann ich jeweils von hand einstellen wenn ich das möchte man sieht hier eben dass man diese knoten leicht formatieren kann und gleichzeitig gibt es noch eine weitere funktion die ganz interessant sein könnte das ist nämlich hier oben dieses schloss wenn ich einen knoten erstelle der kinderknoten hat und diesen bewege dann bewegt sich erstmal alles was als kind dieses knotens definiert ist mit wenn ich das nicht möchte kann ich hier einmal auf das schloss klicken und dann kann ich jetzt diesen knoten bewegen und die kinderknoten bleiben stehen je nachdem wie mein layout sich entwickelt kann das eben ganz praktisch sein entweder das ganze gruppiert zu haben oder einen elternknoten einzeln verschieben zu können nun gibt es noch ganz interessante funktionen zur zusammenarbeit ich habe hier oben einen teilen button wenn ich den anklicken dann kriege ich einen link den ich mir kopieren kann und einen qr code den ich mit diesem button herunterladen kann und wenn ich link oder qr code an andere personen gebe dann können diese gleichzeitig mit mir an dieser mindmap arbeiten so dass wir also auch kollaborativ hier unsere ideen sammeln können jede mindmap hier im team mapper wird nach 30 tagen automatisch gelöscht man muss sich nicht anmelden für die benutzung das ist also eine sehr datensparsame variante wenn ich allerdings eine mindmap trotzdem länger als 30 tage aufheben möchte dann kann ich verschiedene export optionen wählen die sind hier oben mit diesem button erreichbar die erste option datei punkt jason das ist eine bearbeitbare mindmap wenn ich also diese jason datei herunterlade und sie später wieder hochladen dann kann ich die mindmap dauerhaft sichern und sie später wieder weiter bearbeiten ansonsten kann ich eine fertige mindmap in zwei bildformaten und als pdf herunterladen wenn ich sie einfach sichern möchte als ergebnis ohne dass ich später noch mal bearbeiten muss ich lade jetzt also mal diese jason datei herunter und hätte jetzt also diese datei bei mir gespeichert wenn ich hier eine neue mindmap öffne kann ich mit dem hochladen button genau diese datei wieder nehmen wähle diese jason datei aus und dann ist meine mindmap wieder da und kann weiter bearbeitet werden ein paar weitere punkte in der oberfläche hier sind die kopieren ausschneiden und einfügen buttons ich kann also hier knoten zum beispiel ausschneiden und an anderer stelle wieder einfügen wie man das kennt und genauso gibt es hier oben noch einen interessanten button der blendet mir die vorhandenen tastaturkürzel ein das kann sich lohnen wenn man häufiger mit diesem tool arbeitet denn dann ist man mit der tastaturbedienung sehr viel schneller unter anderem kann man mit pfeiltasten zwischen den aktiven knoten wählen und da man dann mit plus einen unterknoten einfügen kann ist das eine sehr schnelle art eine struktur zu erstellen so nun wünsche ich viel spaß beim ausprobieren und beim gemeinsamen sammeln und strukturieren von ideen